Genau, der Christian von oben, der spielt die E-Gitarre dazu und eigentlich auch der Patrick vom Dachgeschoss, der spielt das Klavier dazu, also den können wir jetzt natürlich nicht sehen, weil er wohnt um die Ecke im Dachgeschoss. Hey, der Wladimir ist auch das Super. Macht ihr Rhythmus, Instrument? Vor allem macht ihr alle mit, bitte. Es ist nämlich, wir werden heute von der Band Low ein Cover spielen, und zwar heißt das Lied Over the Ocean. Und da ist deine Freude am Ende immer, I'm Over the Ocean. Super, bitte, das ist ganz toll. Ich fühle mich, dass du die Fladen most, dass du die Rhythmus, Instrument, aufstattest. Best dance, super. Best dance, bitte. Das ist großartig. Ich freue mich schon wieder total. Super. Und es ist ein ganz gemütliches Lied, eben so wie die Zeit jetzt ist, wir werden alle ein bisschen langsamer, wir werden brav zu Hause bleiben, wir halten den Abstand, wir gehen nicht in Gruppen hinaus. Das kann man jetzt von oben beobachten. Sehr gut vorgezeigt. Und jetzt, Christian, bist du soweit? Ich zähle bis vier und nachher geht das Sorgenlos. Checken wir das? Das können wir machen, okay? Es geht los. Okay, Leute. Eins, zwei, drei, vier. Ja. Ja. Das war's. 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 Das war's.